moin moin meine lieben leute und willkommen immer noch zum halloween special und wir verteilen diese sachen einfach mal so über den laufe der tage rund um halloween und wie ihr sehen könnt habe ich mir hellblade senders sacrifice ausgesucht ich kenne mich da weiß gar nicht was das ist ich habe das spiel übersprungen damals ninja theory macht zwar gute games aber habe ich damals nicht gespielt deswegen spielen wir es jetzt hat ein paar feinheiten für die xbox mal wieder für die neue xbox und zwar kann aussehen der leistungsmodus oder der auflösungsmodus optimierte grafik leistungsmodus das leistungsmodus mal sehen wir können zwischendurch mal hin und her schalten mal wie es wird fangen wir mal an ich bin gespannt worum es da geht bin ich gespannt muss ich zugeben ich habe nur den trailer angeschaut der sah ganz cool aus so es gibt Willkommen. Willkommen. You're safe with me. I'll be right here, nice and close so I can speak without alerting the others. Let me tell you about Senua. Her story has already come to an end, but now it begins anew. What's happening? It's breathing. It's breathing. It's breathing. He knows she's getting closer. He can feel her coming closer. She's getting closer. They're watching. They're watching. This is a journey deep into darkness. There will be no more stories after this one. Oh, that's really good. What is she doing? Why is she doing this? They're watching. Why doesn't she feel you coming? She's doing this for him. She wants to rescue you. He's already doing this. Shh. Quiet. Oh, how rude of me. I never told you of the others. You hear them too, right? They've been around ever since the tragedy. Well. That's not quite true. Some are old. Some are new. But they've... changed. I think the darkness changed them, just like it changed her. Look. Look. Can you see them? Over there? Why isn't she looking? Why aren't you looking? She's in hell high. Look. Up ahead. In hell high. You see it too? You promised you can keep her. Yes. It is real after all. She's finally arrived in the land of mist and fog. The place the Northmen call hell. So... Go back. Turn back. Go back. Go back. Go back. Go back. It's not safe. Go back. Go back. Go back. It's not safe. It's the... They're here. Can you see? I can see. Yeah. Look around and you will see them. The drowned. The sick. The slain. Here they lie, rotting in the fields and rivers of hell. But the dead don't always lie still here. You see them. This is not a place of rest. You can't do this. Go back. Go back. They're going to do that to you. Can you see them? Can you see them? Can you see them? They're going to do that to you. They're watching. Stop. Can you feel them watching? They're watching her. They're watching her. They're watching her. You're so close to the darkness. Go back. Can you feel it? Can you feel it? What is she thinking? I can tell you. She's afraid. Wouldn't you be? You'd think she would get used to it by now after so many years. But the darkness... Es bietet sich einfach auf, um sich zu stärker zu werden. Sie stöhnt über sie. Du könntest versuchen, es zu ignorieren. Geh weg. Es ist immer da, nur aus der Sicht, wo du die meisten vulnerable bist. Es ist wie, es weiß, dass es genug Licht ist, was du brauchst, um es zu sehen, dass es sich in Kraft zu werden. Sie können dich. Sie können dich. Sie können dich. Sie denken, sie ist wunderschön, zu gehen auf diese Zeit, auf ihre eigene Zeit. Aber es ist nicht wunderschön, die sie. Wunderschön, das bedeutet nur etwas, für die Angst zu werden. Sie sind wunderschön. Sie sind wunderschön. Sie ist wunderschön. Sie ist wunderschön. Ich komme hier. Okay, das ist meine Einleitung. Die verpasst dann so ein bisschen Gänsehaut, ne? Muss ich einfach mal sagen. Was ist sie? Was ist sie? Was ist sie? Sie sind wunderschön. Sie sind wunderschön. Sie sind wunderschön. Sie sind zerstört. Ich verstehe, was sie ist. Sie sind wunderschön. Sie sind wunderschön. Nein. Oh, sie hat uns gehört. Es ist nicht zurück. Sie können nicht tun. Senua schwebt eine Welt, die so viel Schmerz hat. Es ist nichts, was zurück zu gehen. Es ist ein Schmerz, was zu sehen. Es ist ein Schmerz. Warum nicht wir uns? Vielleicht haben Sie auch eine Rolle in dieser Geschichte. Okay, jetzt können wir sie wieder bewegen. Was ist das? Du musst sie näher schauen, um sie zu sehen. Warum ist sie nicht fokussend? Sie muss jetzt fokussend sein. Sie muss ihre Augen nutzen. Sie können nicht vergessen, Senua. Sie können nicht vergessen, Senua. Weil deine Schmerz kommt aus Hell. Und deine Schmerz liegt dort. Sie sagen, dass ein Schmerz wird dir zu hell. Aber die Gäste und das Leben gehören diesen Weg. Sie müssen die Isle des Orkney, über die Eastern Sea. Und finden eine Straße, die nach und nach und nach, durch die dunklen Valleys. Nach neigen Nachts, Sie werden eine große Räume und finden eine Brücke, in gold. Der Weg nach Hellheim geht von dort, über die Räume von Knifeln, die aus dem dunklen Welt von Niflheim fließt. Okay. Also. Jetzt ist das echt mal abgespaced, ey. Ich glaube, ich bin dran. Dann läuft sie selber rüber. Also, Betti hätte nur rein gemacht, ne. Sie kommen. Sie kommen jetzt. Sie kommen jetzt. Sie kommen. Sie kommen. Sie kommen. Sie kommen. Sie können nicht helfen. Was hast du getan? Sie kommen. Die Schmerzen kommt. Kann ich mitnehmen? Kann ich mitnehmen? Kann ich mitnehmen? Aber sie stoppt nicht. Nicht diese Zeit. Okay, wo sind wir da? Im Krehennest. Im Felgen. Der Land mit der kim und der Fog. Der Skull war richtig. Wie ist es? Ein沟 lang mit dem Heisen. Fluchtende Halsen. Ein Ort heißt der Halsen. Der Ort heißt Helheim. I hear you. So, er ist da, du wirst es wissen, es gibt keinen Wundern, der Grund der Schmerzen ist in Helheim, und die Gäste Hela hält seine Seele dort. Mein liebter Lieber, Dillian. Aber die von Xbox, die neuen von Microsoft, die sind echt gut. Es macht echt Spaß dazuzuhören. Also, nehmt man ganz anders auf. Oh, the bridge to Helheim. I forget its name. She forgets, too. But she does remember that only the dead may cross it. That part wasn't so easy to forget. The old fool said there was a hidden path up to it. Let's see, shall we? This is a stone, that I've never told. Let's go and see what he says. The fire giants dwell in Muspelheim. Niflheim is the world of ice and darkness. Only the dead dwell in Helheim. And that is where you must travel. Okay. Okay. So much more. So much more. And that's where you're here. You go and see what you mean. That's all right. So much more. Wait until I get stuck with you. One more time to play. You're scared too. You should be scared. Sie sind in der Gefahr. Sie wissen wo Sie sind? Wo sind wir? Was ist sie für? Warum hat sie das getan? Sie sollte nicht mehr zurückgehen. Nein, das ist es. Der Schmiede. Das ist gefährlich. Don't kill me. Ich bin nicht einer von ihnen. Don't listen. Ich habe nur geblieben. Ich finde, dass ich länger leben. Ich werde nicht die Schmiede wiederholen. Never! Wer sind Sie? Sie sind nur eine Erinnerung. Druth? Sie sind nicht mehr. Sie sind nur ein Blatt. 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 Die Wahrheit ist meine Wahrheit. Das war es gut zu sehen. Sie hat deine Wöre gelebt. Sie hat einen Schmieden und den nächsten. I will tell you my stories of hell, if I may walk with you. Tell me your stories again, old friend. I'm listening. The runes seal the gates to hell. Focus your inner eye. And you too will see, what's hidden in plain sight. I can see one. Hold it in your mind's eye. Find one like it to open the gate. Shh. The gleiche finden? Can I see one? Can I see one? There is that. Let me see what I have. The M here, where will I find the new one? The M here, where can I find that one? It's loud. How is it? It's loud that it's loud. This M here. Where do I do this? Das ist normal. Okay, das ist das gleiche. Aber jetzt nicht mehr. So, okay? Ah! Okay... Okay, durch die Schatten habe ich das geöffnet? Das ist ja witzig. Okay. Okay. Ich schreibe meine Geschichten mit dir. Und zusammen werden wir die Norden fühlen, unsere Führung! Okay. 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 Ich weiß noch nicht, wo uns die ganze Geschichte hier hinführt, muss ich zugeben. Ich traue dir auch eine Menge zu. Okay. 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 Mal gucken, ob ich die mit dir schließen kann. Hier geht es einfach runter und hier geht es nicht irgendwo hin. Okay. Okay. Jetzt wollen wir runter. Okay. 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 Okay, okay. 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 Why are you from the dead? Is that the face of Hela herself? The half-rotten goddess that rules over Helheim. Whatever horrors lie behind that door, she must find him. Shh. Someone's here. Someone's here. Someone's here. Someone's here. Someone's here. You... You took him from me. I beg you... Let him go. I'll give you what you want. I won't resist anymore. Just give him back. I'll give you what you want. Get him. I'll give you what I want. You're killing me. I will get to the age ofollo. You're killing me. You're killing me. Aaaaah. So, das ist ein, was ich jetzt? Oh? Oh. Oh. Ah, okay. Sorry, du hast uns. Oh. Oh. Oh, Christ! Ich kann gar nicht sehen, weil ich kann nichts mehr sehen, ich hab das war's ne, das war's Aber es ist auch krass, man wird einfach reingelogen, ich weiß gar nicht, wie man kämpfen soll, wenn man fangt Was ist das? Krass, bin ich tot Okay Was ist das? 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 Alles, was ihr Schmerz war, wird für nichts Es ist nur ein Thema Zeit Mit jedem Pferdstab wächst die dunkle Fäulnis Wenn die Fäulnis sehen und das Kopf erreicht, ist ihre Aufgabe vorbei Okay Und jeglicher Vorschrift ist verloren Hei, 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 okay Das ist natürlich schlecht Muss man wieder komplett von vorne anfangen Was natürlich sehr beschissen wäre Was ist das? The hardest battles are fought in the mind That is what Dillian taught her With every defeat The dark rot will grow and soon it will take her soul But for now at least she still has control of her mind And she will fulfill her vow Whatever the cost Listen to me, Senua The goddess Hela lies behind the gate to Helheim To open the gate, you must first face the gods that guard it The god of fire, Zurt And the god of illusion, Valravan Spill their blood to open the gate to Helheim And enter the land of the dead The northmen say that in the beginning There was nothing but darkness Bitter cold to the north, fiery hot to the south They say the cold formed ice Which melted from the sparks from the south The power of the darkness gave life to the dripping ice And the first giant was born And was named Ymir The ice continued to drip And the power of the void gave life to it And it became a car Whose milk fed the giant That's right, a car But you weren't expecting that No, I didn't No, I didn't I didn't I didn't I didn't I didn't I didn't say that I didn't say that I didn't say that I would say that Let's go to this one The fire giant has answered He comes from a land older than mankind And the northmen call upon his flaming sword To raise their enemies to the grind Find him, Senua I've spilled his blood Okay Guck, wo er ist Jetzt kann ich gar nicht kämpfen So bezicht Wretched old fool On her way back from the wilds An outcast Was badly burnt all over She took pity He was not wrong for this world Like her Who spoke of his own darkness The northmen Some of us further than others Your father cannot see what you see But there is nothing wrong with seeing the world the way you do Okay Hm, up the space So, ne Maschinenpistole Hell There are a few people And And Schön We are burned Logish Oh 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 Ich konnte gar nicht sehen so schnell war der typ da jetzt war er da würde Wollen wir die beiden Symbole finden? Ein süßes, schreckliches Stanz von brennenden menschlichen Fleisch Und ich höre trotzdem ihre Kräuter, die in den Wind Hörst du sie auch, Senma? Ja, ich hörte die Kräuter und ich höre sie jetzt Das Symbole ist glaube ich nicht so schwer zu finden Das Symbole ist nicht so schwer zu finden Das Symbole ist nicht so schwer zu finden Warte mal, kommen wir hoch? Das ist einer auf jeden Fall Brauchen wir das noch? Was ist da gesehen? Ne, das nicht Du kannst die Kräuter hören, wenn die Rüste Da ist doch so ein ein so ein Ass, der muss doch da irgendwie einfach nur durch Die Rüste, die Rüste, schreien sie Du musst die Türchen auf sein, oder? Der Weg nach Helheim ist gefeiert für das Leben Hast du bereits über die Mörder zu gehen? Schau nach die Tür und du wirst sehen, dass es öffnet wird Ja Öffnen Wenn sie zuerst kamen zu meinem Land Ich wusste genug von ihren Sprachen Ich wusste genug von ihren Sprachen und sie mich als eine Schlage Ich wünschte, dass sie mich als die anderen Ich wünschte, dass sie mich als die anderen Ich ruhe ihre Kräuter von Feuer, Death, Slavery zu viele Menschen Die Schmerz, die Spiegel Okay Ich weiß nicht, was wir jetzt werden Und ich bin noch hier, um es zu kämpfen Wir sind zu langsam Es ist zu langsam Das hier 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 ist zu langsam Nein, ich bin noch ausgewichen. Ich bin noch ausgewichen. Es ist nicht vorbei. Ich bin noch hinter dir. Oh, ich kann mich gar nicht so schön bewegen, wie der... Uh, okay. Das war schon ein bisschen... Wächst das höher zu mir? Das ist natürlich beschissen. Okay, wir probieren es nochmal. Okay, wir probieren es nochmal. Okay, jetzt. Es gibt noch viele von ihnen. Find a strong position. Charge! 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 Oh Okay, alter Schwede sind aber auch echt unerbitterlich, äh, unerbitterlich die die Piecher Wenn du eine Feuergabe von Surt sehen möchtest, dass nur ein Sacrifice wird die Feuer der Muskel und die Todes durchgehen und die Todes durchgehen. Find das Feuer, Selwa, um den Weg zu Surt zu folgen. Hm Das hier oben vielleicht? Ah, da, okay Das hier oben vielleicht? Das hier oben vielleicht? Ich gebe dir die Antwort, die du möchtest, aber du musst nicht nachdenken von den Schroren, die es gibt, denn du kannst nicht überraschieren, wenn du es nicht nachdenken kannst. Wie wird sie durchführen? Sie müssen einen anderen Weg finden. Truth said. Die Norden erzählen diese Geschichte. Before die Erde zu erschaffen, gab es eine Welt der Muspel. Denn es war in der Süd, es war heiß, heiß und heiß. Flaming, burning. Sparks, die aus der Muspel kamen, wurden die Star. Andere Sparks meldeten ice in der frozenen Welt von Niflheim, creating die Körper der ersten Giant, Ymir. Muspel ist einer der neunen Welt, und ist nun das Land der Feuer-Gianten. Und Menschen von anderen, können dort eine Reise erlangen. Gut, gehen wir noch mal kurz hoch. Ist schon ein echt bemerkenwertes, komisches Spiel. Also ich finde diese Protagonistin ist einfach ziemlich cool, wie sie sich bewegt. So, bevor wir das hier machen, stoppen wir, denn wir machen beim nächsten Mal weiter. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Runde dabei. Und ja, mal sehen, was wir noch so schaffen heute an Halloween. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss. w Schöne